alter wie schnell die ausdauer weg ist das ist unnormal kann ich jetzt eben spawnpunkt gesetzt jetzt kann ich auch normal zu bornen scheiße ist ja gar keine spitzhacke dinger hier ne ist erde ja erstmal noch klar du hast nur eine ne oh ich hatte ein zombie glaube ich hoffentlich stürzt das scheiß nicht eine nein alles stein ich guck mal eben nach weil ich will nicht dass wir jetzt gleich da drin sind und dann und wie tief sollen wir reingehen also unter schon ein bisschen tief ja okay so dass wir auch in der mine sind weil zu über der erde ist dann auch wieder ja stimmt hast du recht ich setz mal gleich mach mal ein loch hierhin da so also in der seite rein ach so warte ja nach unten in der seite rein dass man da eine fackeln hinsetzen kann da sehr schön okay ich sammle mal hinter den stein ein wir sind die sieben zwergen hinter den sieben bergen irgendwo sind da hinten sind zombies warte mal ich höre auch zombies was das denn das hört sich aber nicht so an wie stein das glaube ich eisen oder ist ja ja gut ja das ist ein bisschen schwieriger abzubauen merke ich jetzt mach mal das war immer zu niedrig finde ich ich weiß nicht viel ein bisschen tiefer noch und dann mach mal so dass man erst mal so wie so eine kammer machen kann ja schon mal so eine vordere kammer würde ich sagen ruhig genau einen weiter nach unten ja klar mach ruhig erstmal dann gehe ich zu einer anderen seite und du bist die fackel ist weg alter ich höre hier unten irgendwo zombies nein die sind die oben ach so ok irgendwo warte ich gucke noch mal wieder ach hier gut so warte mal jetzt haben wir jetzt gehe ich auch mal links und rechts so eine kunst andere seite also erstmal kleinen raum wie du sagt es mal einen kleinen raum ich setze mal aber hier in die ecke noch mal eine fackel hin weil licht ist alles das stimmt weißt du was ich mir mal so dachte eigentlich ist es ja immer so man muss ja beim let's play immer zeigen ne und immer neue sachen und so und so aber eigentlich im grunde für das gar nicht bei dem spiel schlimm wenn man auch mal langweilige folgen hat oder halt wo man mal was abbaut und so gehört dazu zu was eigentlich das ist ja wie bei minecraft auch so ich mache jetzt mal kurz hier lang genau immer im kurzen noch mal hoch ich höre da wieder tausende ja ich will nicht dass hier jemand reinkommt obwohl wir ja erst 10 uhr noch was haben ja aber die sind irgendwie wieder aber wir haben auch tag acht oder sondern drei also hier sind wieder ein paar was sind die ach siehst du die gar nicht sind sie aber sind die vielleicht im haus irgendwo ja und hier muss ich mal ausleuchten hast du dich schon dicks angeguckt holt holt ich bin eins da holt mich hier raus ja alter vater und wie findest du die eine blonde larissa so heißt ja sehr schrecklich alter ich könnte ich so in die fresse kloppen tut mir leid ja die ist so psycho drauf gestern hat mir das angeguckt die hat auf einmal losgelacht ja genau nach der aufgabe wo sie es hat ja das ist nicht geschafft irgendwie sowas nee nee das meine ich nicht die hatte das deo vom bandlein in der hand und dann hat sie gelacht aber richtig gelacht so richtig psycho und dann hat sie die spinne getötet und so ich hab sie getötet ich hab sie getötet alter die tut doch bitte das ist schon wieder so pr mäßig die tut nur so ja ich glaub schon aber schwör ich ah furchtbar normalerweise sollte man sich das gar nicht angucken aber ich hab halt den fehler gemacht ich hab einfach mal zufällig drauf gekommen so und wusste gar nicht dass das mit dem dschungel wieder läuft und ich so ja gut okay dann mach ähm guck das mal an ein bisschen alter was dafür leute dabei sind ich kenne grad mal wirklich den wendler den kenne ich äh dann kenne ich den den alten typen da ja den kenne ich nicht er kommt da hat schon früher so kinder kinderfilme sag ich mal er hat so märchen auch glaube ich gemacht okay dann kenne ich die eine von rtl rtl? ich glaube bei rtl war die ja und sonst die anderen ja und die eine ist die müller noch was heißt die glaube ich die hat mal pornofilme gedreht ja die melanie müller da also zwei stück noch was ich hab's mir mal angeguckt ein porno von der naja also ist jetzt nicht so berauschend man merkt die hat keinen Spaß dabei gehabt ja du merkst sowas naja sicher ja so mal was trinken wieder ey energie ist ach guck mal haben wir doch einen schönen großen sehr schön noch was trinken so jetzt aber weiter geht's ich würde mich viel sicherer fühlen mit irgendeiner Tür hier ohne Spaß ey na so sicher ist mir nur ein Auge da nicht ne ja gut klar aber und Spaß ich finde das äh stein abkloppen das hat weißt du es ist richtig gut gemacht ey da hat man echt das Gefühl man kloppt wirklich ganz viel stein ab mhm ja nur irgendwann ist es auch ein bisschen lästig manchmal wenn man nicht so viel kriegt ja gut klar zum Beispiel da wünscht man sich mehr oben sind schon wieder so viele habe ich so das Gefühl ja ich geh diesmal nach oben ok guck mal weiter da jetzt gleich ey tausende von Zombies hier ringsrum hä hier ist auch keiner irgendwie hör ich da die ganze Zeit welche ich weiß ich weiß nicht ob die da sind oder so aber da war war einer aber sonst ha keine Ahnung wo sind die im Loch ja guck mal überall nach Häuser und sowas halt habe ich auch gerade gemacht die sind in unserem Haus drin aber wir sind hier da rein ah das sind ah doch und ok doch ein bisschen ok die sind jetzt weg dann mache ich das hier mal zu wieder was nehme ich denn am besten oh das sind die Schweine im oh im Graben ich wollte gerade schon wirklich so sagen so fuck die Wand an was das denn jetzt ey ok ok I come back mhm mhm klack muuuu 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 ok ja da würd ich sagen aber Tiefe reicht doch ne noch tiefer müssen wir doch nicht Oder ich mache einen Schacht, der geht tief Und du machst einen Schacht, der geht gerade Dann mache ich meinen hier hin Dann haben wir beides Achso, kannst du mir ein paar Fackeln geben? Weil irgendwann Das reicht, denke ich mir, fürs Erste, oder? Boah, jojo, sieht aus Ob du spucken würdest So, boah, boah Fackeln Ich baue in die Graben Und ich muss immer dran denken, dass man hier Erst nochmal Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte Dass ich die Steine wieder einsammle Ja, das musst du dran denken Aber fandest du jetzt im Dschungelcamp die Aufgaben schwierig? Die ich bis jetzt gesehen habe Also das mit dem, was zum Beispiel gestern Larissa machen musste Könnte ich mir vorstellen Wenn, sag ich mal, schnell diese Teile Die die ganze Zeit raus aus der Wand fahren Schnell wären Schwierig vor Aber so denke ich mal im Moment noch nicht Ne, ich auch nicht Also gut, mit der Höhle fand ich das ein bisschen Ja, okay, sowas würde ich auch persönlich nicht machen, gerne Ne, das stimmt Aber die ist ja nur am Rumrollen Weil sie hat ja Das hat sie gesagt Sie dachte Das wäre kein richtiger Dschungel Das fand ich Das hat aber auch letztes Jahr dieser Joey gedacht Ernsthaft? Das wäre ein Kölner Studio, hat der gedacht Alter, ist der dumm, ey Tut mir leid, ey Ja, der ist nicht ganz Nicht dumm, aber der ist halt Nicht so ganz bewandert vielleicht damit Ja, gut, das kann sein, stimmt Aber gut Mein Gott, das ist alles nur Bekanntwacherei von den Promis, ey Ja, die kriegen Schweinegeld dafür, ne? Ja Ich guck's trotzdem irgendwie manchmal, weil Ich find's interessant Manchmal halt Was geht? Wen ich ja nicht so mag, ist die Sonja Ziedlow Ja, das stimmt Den anderen finde ich eigentlich gut Ich weiß jetzt noch nicht, wie der heißt Aber Ich weiß gar nicht, wovon kommt der Supertalent Supertalent hat der gemacht Ach so Also halt moderiert auch Ja Okay, das wusste ich nicht Bin schon Ja, du guckst ja auch genug Fernsehen Meine Güte Hoffentlich ist Schneewittchen schon da Was? Hoffentlich ist Schneewittchen schon da Und wartet auf uns Oder besser gesagt Schneeflittchen Hä? Alter, du verstehst aber gar nichts, oder? Ne, ich Was soll denn mit Schneewittchen sein? Ja, was haben denn wohl die Zwerge gemacht? Was war deren Beruf? Hörge aber Ach so Genau Oh, mein Steam hat sich aufgehalten Wirklich gerade Aber nur mein Steam Oh, wir haben 1448 Ah, noch genug Zeit Ich bin Arschlapprad Mein Spitzsack ist gerade Schrott fast Aber nicht mehr lange dann Da kannst du ja vielleicht schon mal die Mauer weiterbauen Mit dem, was du hast Ich gebe dir auch dann meine Sachen Ja, ich mache noch Warte Einen Schlag wahrscheinlich Ja Gut Ich komme Okay, warte Dann gebe ich dir mal meine Sachen Stone Äh, ja das andere brauchst du ja nicht, ne? Hm Warte, da kommt noch was, da kommt noch was Hallo So Dankeschön Jo, dann kannst du schon mal loslegen Ich mache so lange weiter, bis meine kaputt ist Jo Oh, du hast aber viel Stein Ja Gesammelt Auf, auf Dann mache ich in diese Richtung weiter, weil Ich finde das schön in diese Richtung Adventure Oh Man kann hier kein Adventure mitmachen Könnte man schon, aber da dürfte man nicht so springen wie bei Minecraft machen Das stimmt Weil der schafft nur nicht mal einen Dreiersprung oder so Blödes Gras, ey Oh, ist das ein behindertes Gras Sag bloß, ich kann das nicht da hinlegen Wieder Gras im Weg Da nervt so das Gras, dann will er einfach nichts machen Oh Ist auch die Sache, wie lange dreht man so einen Tunnel Wie weit Weil nicht, dass man irgendwo Dass dann die Zombies sich wieder durchgraben Ja Ja, du kannst ja so einfach Minenschächte machen Stimmt Stimmt Und So